Willkommen zurück zu Code Vein. Das letzte Mal, es tut mir unfassbar leid, dass die Kamera nicht weiter aufgenommen hat, konnte ich das Gebiet in 100% abschließen. Ich habe auch, soweit ich weiß, alle Erinnerungsfragmente von dem Nachfolger. So, da vorne steht... Wie heißt du? Thebe. Sieht sich ein bisschen griechisch an. So funktioniert es jetzt. Nein, natürlich nicht. Wieder ein schöner Bug. Ich würde sagen, wir stürzen uns einfach direkt ins Geschehen und lassen uns einfach mal drauf ein. Ich würde sagen, wir sehen uns schon wieder. Das ist genau wie mit Nikola. Emilie! Nicht schrecklich. Wir müssen... Du bist schuldig, richtig? Du warst alle allein, Emily. Das muss doch so schwer sein. Aber nicht mehr. Ich werde deine Gefahr zu Ende bringen. Ich werde deine Gefahr zu Ende bringen. So, Nachfolgerin der Klaue. So. Sieht cool. Sieht sehr cool aus. Cooles Boss-Design. Oh. 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 Okay. Oh. 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 Zweite Phase wahrscheinlich. Oh. 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 Kassel. Was war das? Oh oh. Nein, nein, nein. Okay, super. Super. Okay, super. Okay, jetzt ist sie zu Fall geborgt. Okay, jetzt ist sie zu Fall geborg. Drauf, drauf, drauf. Oh, nein. Nicht so kurz davor. Jetzt. Wir haben es jetzt gleich. Ja. Ja. Ja, wir haben es geschafft. Im First Try. Ich hoffe, dass wir sie wieder erwecken können. Okay, cool. Wir haben es echt im First Try geschafft. Na, komm. Ah, sieht immer wieder schlimm aus. Vielen Dank. Oh, nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sehen wie ihr Memory Echoall sieht Was, eine selbstlose Vorderung, äh, selbstloses Angebot? Ich glaube, sie hat Yakumo überschützt Oh Oh Die ist nicht an Jack geraten Oh, oh, oh Hilfe Oh Oh Jetzt zieht einem den Boden unter den Füßen weg Okay Ich glaube, da hinten ist sie Ach, das ist das Waisenhaus Nein, meine Liebe zu Yakumo wird zerstört Die ist aber süß Oh, nein, 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 Sie sind wirklich, Yakumo Sie sind auch besser Das ist... Das ist so wunderbar Sorry, es dauert mich so lange, um hier zu kommen, aber... Well... Don't worry, es war meine Entscheidung, nach allem Ich... Ich... Ich glaube, es ist so gut, dass Sie sich alle sicher sind Ich bin froh, äh, 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 äh... Ich bin froh, äh, 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 äh... Ich bin froh, äh, 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 äh ... Mmh, lecker, lecker. Oh, wie der lächelt. Uhu. Ja, das war's wohl mit uns. Okay. Oh. Okay. Doppeldeutige Anspielung. Vielleicht. Echt jetzt? Do you remember how you used to hold me when I was little? Could you? Is this all right? Perfect. Thank you. Emily. Uh, Yakumo? You know? I... I've always... Yakumo, I've always... Oh. Oh, nein. Wow, der Soundtrick war wunderschön. Das war auch eine sehr schöne Szene, auch wenn ich das so nicht hab kommen sehen, dass da jetzt so ein Liebeskonstrukt draus wird. Und ja, jetzt konnte sie ihm noch nicht sagen, was ich glaube, was sie ihm sagen will. What? Und wir können sie wieder herstellen. Es hat geklappt. Oh, ich hätte zu gerne Nicola gerettet. Mal sehen, ob sie ihm jetzt sagt, was sie ihm sagen wollte. Ich denke, wir wissen alle, was sie ihm sagen möchte. Hm, der Screen lädt lang. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ah. Ja. Oh, wie süß, da liegt sie und die reden. Aha. Ja, wer weiß, wo dieser Mido jetzt ist? Wenn man vom Teufel spricht, so. Oh, der hat sich in der Samurai-Armee. Ja. Impressed? Meine Giddy-Pigs haben sich gefeiert mit dem Power of the Relics. Ich muss sagen, ich bin dankbar zu den Kindern, Jakob. Sie waren ein guter Test-Test. Verdammt! Oh nein! Das war cool von Jak. Jakob. Jakob, mein Junge. Du bist late. Wie kannst du schlafen, wenn du so wichtig hast? Ich bin hier, um zurückzunehmen all die Relics, die du hast. Oh, was hat er gemacht? Oh, was hat er gemacht? Was für ein Arsch. Was für ein Arsch. Was für ein Arsch. Aber dann... Das bedeutet, dass sie bereits... Was für ein Arsch. Was für ein Arsch. Ich denke, dass sie sich in der Zeit schlafen, bevor es sehr schlafen wird. Und ein Arsch. Und ein Arsch. Das ist 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 ein Arsch. Ich werde dich nicht beenden. Das ist ein Arsch. Was für mich, ich muss sagen, vor einem bestimmten Bruder. Wir helfen dir, Jack. Was für ein Arschloch ist das denn? Ich glaube, Mido wird unser Hauptfeind Nummer 1 jetzt sein. Skat Hatch, Codebesitzer Emily Sue, setzt auf Talente und physische Angriffe. Spezialisiert auf Feuertalente. Du hast einen neuen Blutcode erhalten. Sehr cool, sehr cool. Das heißt, Emily konnten wir retten. Das freut mich. Unfassbar. Mal sehen, ob wir mit dir reden können. Ah, da ist sie ja. Ja. Ja, irgendwann ist es hoffentlich hier der ganze Spuk vorbei. So, ich guck mal, steht da noch Eos Klon? Nein, ein Überrest. Eos Überrest B. Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal, was für Talente der neue Blutcode hat. Und ob wir in der Stufe aufsteigen können. Und dann würde ich sagen, machen wir danach ein Cut. So, Skat Hatch. Und da haben wir drei schon befreite Talente. Und die anderen werden wir dann freischalten, wenn wir die Erinnerungen wiederhergestellt haben. Das heißt, es genügt, die Fragmente zu besitzen, um die Nachfolger zu retten. Okay, ich hätte es nicht mal wiederherstellen müssen. Okay. Okay.